Wir sind Marita, Rolf, Anja und Ritschi. Und zusammen sind wir die Erfinder vom Pannenfächer. Eine Autopanne ist immer ärgerlich und eine Gefahrensituation für Sie und andere Verkehrsteilnehmer. Statten Sie Ihr Auto mit dem Pannenfächer aus und lassen Sie Ihr Auto für Sie sprechen. Fünf Botschaften, die dazu beitragen, potenzielle Helfer anzusprechen. Also der Pannenfächer ist eine Vorrichtung zum Übermitteln von Botschaften. Das wird mit zwei Drehgelenken und vier Saugnäpfen auf dem Dach befestigt und beinhaltet fünf klar definierte Botschaften, die aussagen, ob man Hilfe benötigt oder nicht. Ich muss meine sichere Position nicht mehr verlassen, kriege relativ schnell die Hilfe, die ich benötige und sorge dafür, dass nicht unnötige Fahrzeuge einfach anhalten und sich wieder in Gefahr begeben. Der Pannenfächer ist die sinnvolle Ergänzung zum Warndreieck. Denn jetzt können Sie die anderen Verkehrsteilnehmer gut sichtbar und leicht verständlich über Ihre Lage bei einer Panne informieren. Unser Pannenfächer hat die Botschaften, Hilfe kommt, brauche Hilfe, brauche Benzin, brauche Diesel und Achtung Unfall. Wenn Sie signalisieren, brauche Hilfe, Sie werden erstaunt sein, wie schnell Sie Hilfe bekommen. Und das ist auch unser Ziel, dass Sie Hilfe bekommen, wenn Sie Hilfe benötigen. Unser Pannenfächer ist kinderleicht aufzubauen und durch vier Saugnäpfe hält er auch bombenfest am Dach. Lassen Sie ab sofort Ihr Auto für Sie sprechen. Der Pannenfächer gehört wie das Warndreieck in jedes Auto. Der Pannenfächer ist die perfekte Ergänzung zum Warndreieck. Auf Entfernung sehr gut sichtbar am Tag, stark reflektierend bei Nacht, leicht zu handhaben und für jeden verständlich. Nehmen Sie Ihren Schutzengel mit. Kaufen Sie sich den Pannenfächer und kommen Sie nach jedem Unfall oder Panne gesund wieder nach Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017